Oh, eigentlich, diesmal immer, gilt jetzt auch für dich Hallo und herzlich willkommen zu Martinläuft Episode 30 Hopp, 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 hopp Ähm, gut, was ist diese Woche passiert? Montag und Dienstag hat es so stark geregnet seit Sonntagabend, dass ich nicht laufen konnte Dafür war es dann Mittwoch, Freitag und Sonntag so heiß, dass ich keine neuen Rekorde gelaufen bin Weil ich froh war, ähm, dass ich nicht direkt gestorben bin, wenn ich rausgegangen bin Obwohl ich in der Früh gelaufen bin, aber die Bestzeit dafür war dann immer nur Sieben, acht, glaube ich, war das Beste auf acht Kilometer Genau, ansonsten bin ich natürlich wieder in der Weltgeschichte rumgefahren und habe mich beworben Weil ich natürlich nichts lieber mache, als mich irgendwo zu bewerben Vor allem irgendwo zu bewerben, auf öffentliche Stellen Wo ich weiß, dass sie mich wahrscheinlich nur eingeladen haben Weil ich eine Schwerbehinderung habe und ich eh nicht genommen werde Das motiviert super Genau Sonst passiert zur Zeit relativ wenig Ähm, ja Sonst passiert wirklich gar nichts eigentlich Ich hocke hier immer noch, die Krise ist immer noch da Ähm, ich habe jetzt mal über meine Doktorarbeit länger geredet Das war auch ziemlich gut Jetzt habe ich halt auch dort mehr, mehr Themenvorschläge, die ich anbringen soll Ansonsten passiert gar nichts, gar nichts Genau Also mich überall bei lustigen Stellen bewerben Bayernweit jetzt schon Und ähm, ja eigentlich ist gerade gar nichts lustig Gar nichts lustig Alles relativ nervig Meine Brille ist langsam, die Gläser sind da langsam so abgewetzt Da brauche ich jetzt mal eine neue Aber davor brauche ich natürlich einen Job Genau Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß Schreibt irgendwas in die Kommentare Wenn ihr wollt, wenn ihr nicht wollt, dann schreibt halt nichts in die Kommentare Liked und abonniert den Kanal oder auch nicht Und bleibt auf jeden Fall gesund Das ist keine Ja oder Nein-Entscheidung Bitte bleibt gesund Und haltet noch ein bisschen aus Weil, äh, jetzt kommt erst mal die zweite Verte der Krankheit Dann Ciao Ciao